Okay, okay. Ich glaube, ich kann auch gerade keine Gabel und kein Messer nehmen, ich muss einfach so reinbeißen, yes? Okay, ich geh jetzt einfach noch zu dieser... Alter! Hunger, Hunger! Ich hab Hunger! Ich sterb am Hunger! Nimm all meine Sachen dann, ich erlaub es dir! Hier ist ein Zombie! Bitte, gib mir was! Bitte! Ja, da hinten ist eine Base! Was? Oder? Oder hast du es gebaut? Wo denn? Ich glaube, das war ich. Entschuldigung. Wir müssen mehr... Wir brauchen mehr Zombies! Ja. Ich hab schon Schaden bekommen, um den Hunger. Lass mich lieber mal vor, lass mich lieber vor, weil du hast nämlich... Oder? Du hast doch weniger Leben als ich. Ich hab, glaube ich, mehr Leben. Ich hab jetzt fünf. Ich hab einfach eins. Nein, mehr! Hier sind Zombies! Pass aber auf, wenn du ganz viele Spinnnetze siehst, pass auf! Ich weiß, ich kenn das. Hier sind zwei Zombies! Und Pilze, nimm die Pilze auch mal mit. Die haben kein Fleisch getroppt. Die haben kein Fleisch getroppt. Egal, egal, egal. Nee, ich verhunger wieder. Ich hab wieder nichts. Ja, ja. Ich hör dir noch ein Zombie. Ich auch. Der ist dir drüben. Fuck ey! Nein, hinter mir! Der hat auch nichts. Hinter dir! Pass auf! Geh doch weg! Hinter dir noch einer! Geh weg! Geh mir essen! Beschütz mich! Noch einer! Ist hier jetzt vorne? Kann sein! Wie flachst du jetzt? Zwei Herzen! Geh mir schnell essen! Ich kann nicht regenerieren! Noch einer! Dahinten ist noch einer! Ja, ja, das ist mir klar! Das ist mir klar! Du kannst reagieren? Renagieren! Ich kann nicht! Renagieren, Alter! Da ist hinter mir ist einer! Renagieren! Noch einer! Nice! Soll, wo noch? Jetzt da! Geh mir bitte nachs Gleiche, wenn er was hat! Dann kann ich regenerieren vielleicht! Schnell! Der hat nichts! Der hat nichts! Da! Sneak, ja! Ähm, da weiter oder andere Seite weiter? Was? Wieder weiter? Okay! Warten wir nicht weiter? Du bist hier als richtig so... Oh Gott, jetzt sterbe ich auch noch an Hunger! Wenn ich jetzt... Wenn ich nicht am Hunger... Wenn ich jetzt kein Essen mehr komme, kann ich mich regenerieren, dann sterbe ich nicht im Hunger! Äh, ich hab keinen Spitzack! Einen Moment, so! Danke! Hä? Auch vor allem auf die Kiefer! Geht der Hunger komplett runter, oder? Ja, geht komplett runter! Auf ein halbes Herz! Auf ein halbes Herz! Ja! Sicher? Ja, wenn man voll hat! Man kann auch noch sterben, wie ich! Ich werd rein gestorben, oder? Nein! Wenn du... Wenn du keinen Hunger mehr hast... Äh... Nein! Also ich hab jetzt noch 5 Herzen! Ja! Dann... Dann... Wenn du dann anfängst zu... Wo geht's schon lang? Ja, dahinten ist ja nichts mehr, oder? Wenn du dann anfängst halt zu... Da ist ein Zombie! ... zu... ... zu bekommen, wo? Ja... Dann, äh... ... wirst du so... Also... Kriegst du so lang Damage, bis du halt ein halbes Herz hast, und dann nicht mehr. Scheiße! Ich hab zwei Herzen! Okay, äh... Das andere Team ist wieder bei mir! Ich bin jetzt grad auf deren Turm ganz oben drauf! Hä? Wenn ich sterbe, nimm meine Sachen! Ich erlaube es dir! Ja, cool! Bitte nicht sterben, weil... Alleine macht dir unten nicht viel Bock! Ähm... Ich kann das nicht beeinflussen! Ich... Ich hab nur zwei Herzen und Hunger! Bist du? Ja! Ähm... Gehen wir... Hier... Hier weiter, andere Seite! Da war doch nichts, oder? Dann hier die Richtung! Warte, ich komm mal! Hast du über... Über den Steg hier drüber und dann... Da hinten lang, so... Ich hör noch nen Zombie! Ja, bitte! Ich möchte so gerne regenerieren einmal, bitte! Oh wow, hier sind... Oh wow, hier sind... Alle bei mir! Oh... Das ganze andere Team ist bei mir! Da hinten ist diese Spinnen, glaube ich, ja! Also Zombies hier, das ist so gefährlich! Ich brauche hier mal zu! Ja, ja, ich brauche hier mal gerade zu! Ja, Max, du bist du... Künstler! Da unten sind Zombies! Und... Okay... Nice! Wolltest du's dir? Ja, auch! Alter, das... Das war dumm! Warte, ich kann regenerieren! Warte, lass mich mal ganz kurz regenerieren! Ich könnte regenerieren! Da ist irgendwo auch nen... Äh... Ich hab vier Herzen! Nicht Enderman! Nicht angucken! Egal, wo der ist, nicht angucken! Ich hab ihn gehört! Ja, ach so! Ich will keinen Hunger verkaufen! Ich werfe den gerade Sachen von oben runter! Da ist er, direkt um die Ecke! Nicht angucken! Okay, nicht angucken! Logischerweise! Oh Gott, da Luca kommt gerade zu mir! Warte mal, wenn ich dem einen Stoß gebe, dann fällt er vielleicht runter! Fuck ey, wie konntest du ihr mich schlagen? Ich konnte die schlagen, weil du drin standest! Wo? Unter dir, ist okay, ist reingefallen! Pass auf, dass wir jetzt nicht hier runterschlagen, gell? Das sind ganz schön viele! Ja! Aber die trockenen Fleisch alle! Das ist Skelett! Das ist Skelett! Ich feier jetzt gerade ein bisschen, dass wir unten sind! Irgendwie weiß ich nicht! Komm, dass wir noch leben! Einfach! Das ist einfach der Hauptpunkt! Ich geh mal runter, ne? Ja! Ich versuche das Skelett abzulenken! Für dich! So! Komm mal runter! Da ist es ne Truhe oder so! Da ist es ne Truhe oder so! Das wäre ne Truhe, Entschuldigung! Ich geh nicht gerade! Ich hab vier Fleische, ey! Cool, nice! Ich geh hier mal lang! Da oben ist ne Truhe! Jetzt aber wirklich! Hier ist ne, hier ist ne... Oh Gott, die bauen die Blöcke unter mir ab! Ja, klar! Die wollen, dass du jetzt auch rausstippst! Aber ich mein, gut, du kannst ja wirklich spawnen die ganze Zeit! Mir kommt das vielleicht gerade übel riesig vor, die mir... Hier ist ne Spinne! Was für eine? Weiß ich doch nicht! Dann pass auf! Weil... Das ist direkt in der Nähe! Scheiße, die ist leer, die Kiste! Ich hab so viel Hoffnung reingesetzt! Oh nein! Wir sind genau da drunter, wo wir vorhin drüber waren! Wo bist du? Okay! Oh Scheiße! Skelett! Gleich bei dir! Nein! Ja, One-Hit! Keine Chance! Ich hab versucht, ihn runterzuschlagen, aber... Ich brauch wieder Essen, die haben noch zweieinhalb Herzen! Wie viel hast du? Ja, die warten jetzt sogar schon am Spawn und warten darauf, dass ich zu unserer Base gehe! Ich esse ein Spinnenauge! Nein, vergiftet mich! Das hab ich nicht gewusst! Egal! Ich sterbe! Hier, nimm meine Sachen! Nimm meine Sachen! Nimm meine Sachen! Stimmt! Nein, du stirbst nicht! Halbes Herz! Scheiße, ich hab ein halbes Herz! Ich dachte, das kann ich essen! Ich dachte, das ist wie... Oh Scheiße! Ja, das wusste ich auch nicht! Aber ein bisschen Hunger ist aufgeführt, weil ich regenerier' ich ja! Mir fehlen eineinhalb Hungerkeulen! Dann kannst du eigentlich regenerieren, glaub ich! Lass mich einfach weitergehen irgendwie, oder? Ich regenerier' nicht! Ich hab ein halbes Herz! Ich hab leider gar nichts, was ich dir geben kann! Tut mir leid, ne? Ja... Ich war so dumm! Mal wieder! Ich sag dazu nichts! Aber es ist... Es ist... Du bist ja noch nicht tot! Oh, ich bin aber gleich tot! So, pass auf! Warum gehst du vor? Weil ich dich nicht... Ich möchte vorgehen! Ich mag's nicht unter zu sein! Du bist diejenige, die am schnellsten verrecken kann! Das macht keinen Sinn! So, wir geh'n... Einfach mal ganz... Es ist aber ein... Es ist gerade einfach nur auf dem Zahnfleisch krieg' ich, was wir machen! Mehr nicht! Ja, es bringt nichts mehr! Also... Ich glaub' auch nicht! Ich glaub' wir... also... Wir brauchen Essen! Die haben jetzt schon am Spawn gewartet, um zu sehen, dass ich mich spawn und wohin ich da quasi hingehe! Verdammt! Hätten wir Essen, ne? Hätten wir Essen! Hier ist irgendwo irgendwo eine Spinne und Zeug und... Die Fresse! Wir essen sie ja alles ganz anders aus! Du bist da hingelaufen! Da, okay! Ich bin einfach... ich bin runtergelaufen! Ich tue gerade eine Spinne! Ja, ich seh' dich grad! Hier ist voll das große Areal, wo jede Menge Zeug ist! Keine Ahnung, ob wir was finden! Ich hoff's! Das war grad gemeint, dass ich jetzt auch immer so ein bisschen lauf, einfach aus dem Grund, weil ganz ehrlich, keine Ahnung... Ey, wir schaffen das doch nicht mehr! Ernsthaft! Nee, die sind so gefielet! Oh Gott, ich sterbe! Ich falle! Ich falle! Ich sterbe nicht! Ich falle nur! Ich hab's einfach schon so drin! Ich sterbe! Ich steh' jetzt grad am Spawn auf der... auf dem Verzauberungstisch! Boah, Leute, 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 Leute! Ey, Leute! Trotz Bemühungen ohne des Guten... Ooooooh! Das ist ein Glücksfall! Nein, das warst du, oder? Nee! Nein, das gibt's Geld! Das warst du, oder? Ich dachte, du warst erschossen! Okay, warte noch! Wer war er? Oh, 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 oh! Was denn, was denn? Hier sind diese Giftspinnen! Oh, fuck! Schindy! Schindy! Äh, nee, nicht Schindy! Alter! Ich will da nicht hin! Zombie, komm her, bitte! Gib mir was! Hör dich, wo bist du? Ich hab'n Zombie getötet! Okay, ich war jetzt grad von ganz vielen Viechern angegriffen! Verteidige mich mal bitte! Ich bin über dir! Hier, ich bin... hier! Verteidige mich mal ganz kurz! Warum sind hier Fackeln? Weil ich dir vielleicht gesetzt hab? Keine Ahnung! Verteidige mich! Äh, ich brauch... hast du Fackeln? Zehn! Lass mal kurz Holz abbauen! Wir müssen doch hier... Also, ich muss mir Wackeln machen wieder! Ja! Wo ist der Zombie? Da oben! Weiß ich nicht! Kein Fleisch? Ich hab'n nicht! Anspannung, Alter! Das ist pur! Richtig! Die ganze Zeit! Aber... Es ist halt jetzt echt halt diese Frage... Okay, wie lang machen wir das jetzt noch? Das ist eigentlich nur ein Versteckspiel! Wir warten, bis die uns eigentlich holen! Wir hätten mehr Essen! Dann hätten wir Essen! Dann hätten wir Essen! Dann würde ich auch mehr rausgehen! Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwo nicht hier ne Truhe filmen mit Melonen sahen! Die werden hier mit ganz vielen Fackeln anbauen! Warte mal! Warte mal! Läuft der an mir vorbei! Komm schon, lauf an mir vorbei! Läuf an mir vorbei! Nein, er hat mich gesehen! Nein, er hat mich gesehen! Hä? Neu! Ich hab jetzt übrigens schon wieder... Hast du Kohle? Ja, ich hab Kohle! Okay, hatte ich doch... Ich dachte erst, er läuft! Die haben irgendeine Truhe am Spawn platziert! Ja! Dankeschön! Ich hab auch wieder fackelt, was du hier brauchst! So, komm, dann lass mal... Lass mal einfach hier ein bisschen durch... Warte! Keine Ahnung! Keine Ahnung! Jetzt hier einfach rumzusneaken! Das bringt auch nicht mehr viel! Gebt auf, ihr habt keine Chance! Was hast du geschrieben? Ich hab jetzt erst mal... Erst die... Die haben irgendeine Truhe direkt am Spawn! Die hab ich jetzt erst mal komplett gelootet! Was ist da drin? Was ist da drin? Keine Ahnung, da war... Du darfst aber... Du darfst ihre Spawn-Truhe nicht looten! Ach, darf ich nicht? Glaub nicht! Oh, okay! Aber die Anfangstruhe hieß es, darf nicht gelootet werden, wenn sie selbst eine aufgestellt haben! Wurde nicht gesagt! Ne, das ist ja die Anfangstruhe! Achso, das darfst du nicht looten! Tut mir leid! Ah, okay, scheiße! Hätte ja klappen können! Ja, komm! Wollen wir dann... Wollen wir dann... Sein lassen, bringt ja nichts mehr! Hm... Ah... Keine Ahnung... Wir müssen nach oben, wir müssen Essen haben! Ja, komm! Lass mal einfach nach oben gehen! Sepp, wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn jetzt? Wo bist du denn? Einfach hier dem langgelaufen! Ich seh dich nicht mehr! Ja, da bist du! Ja... Ja, lass nach oben bauen! Das ist jetzt halt so, wir können ihn nix machen! Selbst wenn wir jetzt noch die krassesten Diamanten finden, können wir ihn nix mehr machen jetzt! Vielleicht kommen wir auch so irgendwie hoch! Ja, komm! Keine Ahnung! Treffen wir, dann komm zum Spawn! Ja... Einfach hin und dann zeigen wir dem, wo das Gold ist, noch als Abschluss und dann... Nein! Wir zeigen dem, wo der Hammer hängt! Wir sterben jetzt erstmal mit Ehre, okay? Ich möchte mit Ehre sterben! Okay! Wenn wir dann sterben, dann ist es halt so und wenn nicht, dann haben wir jetzt uns durchgehalten, weißt du? Komm, hier geht's raus hier um! Okay! Wir müssen uns rausgehen einfach! Äh... Oder? Geht's hier raus? Ja doch, komm, hier sieht's gebaut aus! Von uns, aber... Ja! Wir müssen uns einfach rausgehen! Ah... Alter, wie weit unten waren wir bitte? Leck mich am Arsch! Komm, ich brauche mich jetzt hier raus! Komm, ne? So! Na gut, dann mal gucken, äh... Wo wir rauskommen! Ja, das kriegt jetzt hier nix mehr! Also, ich steh jetzt hier noch am Spawn rum und... Ja, und vor allem, zweieinhalb Stunden Aufnahme reicht jetzt auch! Versuch mal Essen zu kriegen! Nein, ich würd sagen, wir müssen gucken, ob wir Essen kriegen! Wenn wir sterben, dann sterben wir und wenn nicht, wir können jetzt nicht einfach aufgeben! Ja ne, das ist klar, das ist klar! Aber, äh, das ist jetzt erstmal der Punkt, da müssen wir jetzt erstmal hinkommen! Oh, Alter, hier ist Lava, pass auf! Naja, aber selbst wenn! Also, was, was würden wir danach machen? Selbst wenn wir jetzt Essen finden, was würden wir danach machen? Wenn wir Essen finden, wir haben dann gute Sachen, dann versuchen wir den Kampf! Und wenn wir sterben, dann ist doch... Dann habt ihr, was ihr wollt! Und wenn wir nicht sterben, dann hab ich, was ich will! Was wir wollen? Warte mal! Ihr wollt ja aufhören! Moment! Ich glaub, wir haben uns da irgendwie falsch verstanden! Aber ich würd sagen... Ich würd sagen... Ich würd das loserhaft, wenn wir jetzt einfach aufhören, so! Nein, das nicht, aber dann... Dann... Hast du noch Kappelskopf? Ja, viel! Die haben alles verzaubert! Die haben einfach alles verzaubert, von daher... Wir bauen uns einfach jetzt so hoch, ja? Ja, komm! Scheiß drauf, ne? Ja, was willst du machen? Die haben alles verzaubert, vielleicht können wir das Ding doch noch reißen! Wer weiß, wer weiß! Ey, das wärs aber richtig harte, ohne Witz! Das ist doch reißend! Ja, guck mal, es sah schon mal aussichtsloser für uns aus! Erinnert ihr euch noch? Ja, ich erinnere mich noch! An die Zeit ohne Goldblock? Die Zeiten! Die guten alten Zeiten! Weil wir keinen Goldblock hatten! Mann, 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 ey, was ein Projekt! Aber ich... ich feier's! Also wirklich! Ja, das hat mega Spaß gemacht! Das hat richtig Spaß gemacht! Das hat richtig Spaß gemacht! Aber irgendwann ist so der Punkt, so gerade eben, wo du halt nichts erwachen kannst, wo heute, oder das war schon vorher gewesen, wo heute einfach das andere Team komplett dominiert hat. Ich bin in irgendeinem Schneebiom, auf nem Berg. Aber ich bin froh, ich war hier eh die Außenseiterin, ihr seid ja alle im selben Netzwerk und mich hat Lissi irgendwie reingebracht. Was? Bin ich nicht, nö. Seid ihr nicht? Ich dachte, hat sie mir irgendwie... Ich bin, ich bin, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur ein guter Kumpel von Henning und Chris. Achso, dann hast du Glück. Also auch YouTuber natürlich, aber äh... Ja, weil Lissi hat gesagt so, da war ein Projekt und das war im Forum, dann hab ich mich gemeldet und dann hat sie mich da reingebracht. Ich hab mit dem schon drei Ultra-Hardcore-Seasons gemacht. Dann, dann, dann bist du wirklich ein Kumpel. Alter, wo sind wir hier gelandet? Sind wir da mit ner Base? Ja, auf dem Berg. Ich bin jetzt in der Base. Ich bin in ner Base drin. Essen? In ner Base? Ja klar ist hier in der Base, auf nem Berg. Auf nem Schneeberg. Oh man, geht mal weg! Ach, ihr seht auf nem Berg? Ja, auf nem Schneeberg, da ist so ein Turm. Ja, da ist nix, könnt ihr vergessen, ich hab dort alles abgesucht. Okay. Ich weiß nicht, wem der Turm gehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich da nichts gefunden. Gar nichts. Das sieht irgendwie cool aus hier. Hast du auch in den Turm reingegraben? Na, ich weiß nicht, ich hab da auf jeden Fall alles... Aber die anderen könnten auf dem Weg dahin sein. Die gehen dort ab und an hin. Also, vielleicht ist das deren Base, vielleicht ist das nicht deren Base. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Spitzhacke mehr, ich brauch Holz. Ja warte, hier. Hast du Holz? Guck mal in die Türme rein, dass da unten irgendwas ist. Ich brauch ne Dingsblock. Ich hab keine Spitzhacke mehr, ich brauch Holz. Ja warte, hier. Hast du Holz? Da unten ist jemand, da unten ist jemand. Das bin ich. Ah, okay. Hab ich die wieder eingesammelt grade? Ja. Hier. Guck da mal auf der anderen Seite vielleicht... Wenn das deren Base ist, dann werden sie hier wahrscheinlich irgendwo ihr Gold haben. Ja, das hab ich mir auch gedacht, nachdem ich den Weichen gesucht habe. Also das muss deren Base sein, was anderes gibt. Da unten ist ein Name, ist das deiner? Ja, ne? Ja. Ich hab, hast du Essen irgendwie was? Nee, ich wurde grad schon wieder vom Skate getötet. Die dürfen ja nur bis 5 nach unten sein, die Goldblöcke, ne? Habt ihr eure Goldblöcke platziert? Ja. Ist da noch irgendwie Essen drin in den Truhen oder sowas, irgendwas? Ja, ich hab alle Truhen durchsucht. Nächstes Mal suchen wir uns auch so irgendwas Gebirgiges und bauen dann irgendwie die Goldblöcke irgendwo in den Berg ein. Die sind übrigens bei uns. Ach ne, das bist du. Ich bin hier unten. Ja, okay. Die sind übrigens bei uns. Ja, oder warum nicht? Ich geh sanft nach unten grade. Einfach ein bisschen an der Seite des Berges entlang. Auf der Hoffnung nach Essen. Habt ihr dieses komische Minensystem ja schon gesehen? Dieses Labyrinth? Denkt ihr, die sind da irgendwo versteckt? Nein. Ich frage jetzt von wo aus 5 Blöcke nach unten oder so. Wo, was ist, was ist der Anhaltspunkt für, für ne Base? Ja, deswegen. 5 Blöcke von der Base aus wahrscheinlich. Ja, was ist die Base? Also, was ist der Knotenpunkt der Base? Ich weiß es nicht. So gesehen. Also, was ist, was ist die Ausschlag, was ist der ausschlaggebende Höhepunkt so gesehen? Was ist der Ausschlag? Also, er hat Ausschlag gesagt. Egal. Ähm. Ah, ich buddle hier grad quer B durch. Vielleicht find ich immer mal was Goldes aufblitzen, aber ich glaub's echt nicht. Ich versuch noch ein bisschen am Sneaken und guck, ob ich ein bisschen Essen bekomme. Ich glaub, ob ich sterb gleich. Ich sterb. Ich hab noch, ich hab jetzt noch ein, ein Brot. Also, ein Hunger am Wolken. Lol. Hast du. Hm. War nix. Lol, ich hab einen gefunden. Ernsthaft? Nein. Ja. Bau ab und platz hier. Mach den Angst. Ja komm, Alter. Dann Final Deathmatch, Leute. Kommt. Jetzt einfach Final Deathmatch. Ich sag ja. Aber ich hab nur einen gefunden, halt. Der muss den anderen aber suchen. Boah, Alter, wie geil. Jaja. Achso. Entschuldigung, ich bin halt wieder so schlau. Hier bei dem Turm war einer einfach unten drunter verbaut. Ja, dann ist der zweite Spiel irgendwo anders. Bei dem anderen Turm? Nee, da hab ich auch grad eben durchbuddelt. Unten auch drunter? Ja, unter dem Dreck war das so. Ich kann ja noch sterben, ne? Ich hab mir jetzt nämlich grad ne Truhe gemacht, wo ich all meine Wertsachen reingetan habe. Und ich muss jetzt... Ich such nach Essen. Wenn sie mich töten, kann ich ja respawn. Ich hab jetzt nur noch mein Schwert. Dann mach doch aus den Diamanten, mach dir einfach ein Dierschwert und auf geht's. Ich hab kein Dierschwert. Nein, magst du mehr nicht. Du hast doch Diamanten, oder? Nein, hab ich aber nur leider. Achso. Okay. Alter, wir haben vorhin einen Goldblock mit den Jungs. Das war jetzt echt grade, äh... Du musst den ersten platzieren, dann kriegen sie Angst. Soll ich das mal machen? Ne, obwohl dann... Ne, dann verteidigen sie ihre Base. Scheiße, ich werd... Ich krieg Damage. Fuck. Ich brauch Essen. Ja, ich auch gleich. Oh Gott, ich werd sterben. Hit, Alter. Hä? War einer von denen die ganze Disco entdeckt? Ja, irgendwie schon. Oder haben wir das nicht mitgekriegt? Weiß ich nicht. Ich soll mal noch essen. Du kannst ja von hier aus bis zum Spawn sehen, wenn du deine Render Distance hochstellst. Ja, klar. Haben sie gut gemacht. Naja, wir waren ja auch erst hier, ne? Ja, hätten wir. Hätten wir die Base gehalten, ne? Ah. Hätte, hätte Fahrradkette, ey, Mann. Ach wo, da haben wir jetzt richtig gedacht. Das ist das Ding klaus. Ja, ich werde jetzt auch stehen. Ja, komm, platzier das Ding. Jetzt dann wissen sie, wo wir sind und dann Final Definition. Moment. Moment. It's the final countdown. Ah, deswegen ist mir der Alokard auch so hastig hinterher gekommen, weil er vielleicht dachte, ich hätte schon einen. Da oben ist nix, da ganz oben, da war ich schon. Ja, ich guck grad auf die, ich guck grad hier in Richtung. Boah, ich hab, warte mal, ich hab Optifine drauf. Wo, kann man denn zoomen beim neuen Optifine? Steuerung? Links? Ne, geht nicht. Ich, ich, ich will noch kurz das machen, denn äh... Platz hier einen, dann kommen sie halt dahin und dann töten sie uns und wir töten sie uns so gut. Genau, wir töten sie. Hey, Hoffnung stirbt zuletzt. Die sind jetzt auch ein paar Mal gestorben, glaub ich. Ich ess grad die ganze Zeit Ruhe, Schweinefleisch und so weiter. Wenn ich ein bisschen was habe. Okay, ich weiß, wie man sucht mit C. Jetzt mach ich kurz meine Render-Distens. Ich hab einen geilen PC, ne? Äh, ich mach kurz meine... Geilen neuen PC? Ja, meine... Ach, scheiße. Ich hab... Super, super secret setting shit. Ich weiß, wo sie sind, ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo sie sind. Wo? Bei uns in der Base. In... in der unserer richtigen? In unserer alten, glaub ich. Ach so, ja. Ich weiß nicht, müssen wir die Goldblöcke wieder in der alten Base platzieren? Ne, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Die suchen unsere in der alten Base, weil wir haben ja keine alte Base mehr. Ja. Versuch jetzt so davon wegzukommen. Unsere Blöcke werden sie wahrscheinlich niemals finden. So, ich guck jetzt grad hier auf den, äh... Keine Render-Distens ist so hoch. Ja, aber selbst... Was bringt jetzt? Die Goldblöcke sind ja da irgendwo. Ey Leute, wir haben doch alle Eisenschwerter und so, ne? Ja. Ich mein, wir sterben, aber lass die verzaubern und lass uns dann am Hunger oder so sterben, weil lass uns die Sachen verstecken, dann haben wir verzauberte Sachen und wir dürfen respawn momentan noch. Lass die jetzt verzaubern gehen. Ja, aber selbst mit dem verzauberten Eisenschwert haben wir keine Chance, die haben alle verzauberte Rüstung komplett. Ja, wir können jetzt jetzt alles verzaubern gehen, hört mir doch zu. Wir verzaubern das jetzt alles und verstecken die Sachen. Ja, also ich verstecke jetzt hier schon mal ein paar Sachen von mir einfach und renne gleich nur mit dem Goldblöcke und mit nem Eisenschwert nach vorne. Ich renne grad in die Mitte. Wie in die Mitte? Ja, das verzaubern. Alleine. Ich hab keine Level, ich kann nix verzaubern. Wir sind ja bei uns in der Base. Was sollen sie machen? Ja... Max, passiert jetzt einfach. Nein, warte noch, warte einen Moment. Ich laufe mit dir nach vorne. Warte bitte einen Moment. Ich laufe mit dir nach vorne. Ich bin zu vorne. Wir gehen jetzt gemeinsam da hin. Warte bitte einen Moment. Und sagen da einfach BAM BITCHES. Ich hab bis auf die Schuhe alles verzaubert. Und ich versteck die Sachen noch. Ich muss die Sachen noch verstecken. In einer Kiste. In unserer Spawn-Kiste. Ja. Wenn wir da gemütlich hinlaufen. Einmal würde ich mehr rennen können. Ja, dann können sie uns ruhig umbringen. Pack rein. Die können mich ruhig umbringen. Ich hab nichts mehr. Obwohl, die wollen uns dann Spawn töten die ganze Zeit. Ja, ne. Also wenn's jetzt einfach vorbei ist, dann... Pack ich rein. Was sind die? Team Gelb oder Dorn? Team Blau. Nein. Henning und Dorn stand doch vor. Ach doch, das ist Team Blau. Das ist Team Blau. Dann mach ich's dir. Wir zeigen mal ein bisschen. Achtung. Platzier. Platzier schnell. Platzier schnell. Jawoll. Die können mich ruhig töten. Ich hab nichts. Töte mich. Schlau. Schlauer Junge. Töte mich nochmal. Du hast nichts. Töte mich. Töte mich. Du kannst trotzdem nichts. Ich kann die doch wieder abbauen. Stimmt. Der kann was machen. Ja, doch lass die ganze Zeit respawnen und auf ihn draufklappen. Klar. Vielleicht machen wir dem ein bisschen Damage. Wir können ja respawnen. Das ist ja unser Glück. Lass das machen. Oh, ich krieg den. Ich zack den gerade im Bild zusammen. Oh, geil. Alter, lass das machen jetzt. Natürlich tötet er uns, aber wir können auch nochmal drauf. Töte ich immer weiter? Ich kann aber nicht immer Schaden. Töte ich immer weiter. Hau nochmal weiter drauf. Ja, die sind jetzt eh zu zweit. Los, komm. Ist jetzt, ist jetzt okay. Reicht jetzt. Nein. Ist er weg? Ja, aber klar. Schade. Er hätte aber klappen können. Er hätte klappen können. Er hätte klappen können. Warte mal, was sind wir Team Rot, ne? Ja. Ich hab weiter drauf. Wir geben auf, oder? Ja. Nein, hör auf. Wir können nicht aufgeben. Oh. Aufgeben ist so nubig. Oh ne. Oh Leute, das ist voll nubig. Du bist nubig. What the fuck? Was willst du denn jetzt noch machen? Hallo? Erzähl mal. Erzähl mir mal sinnvoll, was du jetzt noch machen willst. Was macht jetzt noch Sinn? Nichts. Warum macht nichts Sinn? Das ist realistisch. Was willst du jetzt noch machen? Machst du dich einfach an, Alter. Wir haben noch unsere Sachen alles. Hä? Guck mal an, wie die verzaubert sind. Ja? Um überhaupt mal an die Höhe zu kommen. Wir müssen jetzt sogar zwei Stunden... Ich hab gesagt, wir hätten unsere Sachen verzaubern sollen. Dann hätten wir sie platzieren sollen und dann hätten wir sie auch wegbämsen können. Nein. Wir hatten einen Block. Klar. Das wäre wirklich nicht gegangen. Es wäre wirklich einfach nicht gegangen. Also... Warum nicht? Nee, ist okay. Nee. Ich find das nicht okay. Ich find das mal nubig. Ernsthaft. Ja, dann kämpf weiter. Viel Spaß. Ich weiß niemals, wo die Goldblöcke sind. Ich find das, was wir grad machen, richtig nubig. Ernsthaft. Ja, aber selbst wie säbs, wir müssen jetzt noch ungefähr drei Stunden lang unentdeckt farmen, um die vielleicht platt machen zu können. Ach nööööööööööööööö. Ey, wenn wir in den Gleichstand raushandeln können. So schlecht sind wir nicht. Ey, wir sind... Guck mal wir waren schon tot geweiht gewesen. Ist ich eigentlich von den Toten auferstanden, und hab' uns darunter noch so zurückgekämpft. wir haben immer noch ein Block von ihnen gefunden das ist das dem anderen Team nicht mal gelungen die wurden die ganze Zeit fertig gemacht ja trotzdem das ist die beste Vorsitzung dafür dass wir ein Rematch fordern ich ich gehe mal aus dem TS raus ne nehmt einfach mal einen Skype an Jo was klar ich bin nicht in Skype äh natürlich nicht allgestehen so ein paar Kleinigkeiten ähm kann man natürlich noch verbessern zum Beispiel dass man jetzt zum Ende hin irgendwie sowas einrichtet ähm ne dass das Gesuche nicht zu lang geht dass man dann sagt nach zwei Stunden muss jedes Team preisgeben wo die Base ist oder sowas Leute ist es denn jetzt vorbei weil wegen Verabschiedung oder so wer ja es ist vorbei wir sind auch noch gerade in der Aufnahme wir haben mal euren Schatzfoto uns jetzt gezeigt ey aber Respekt wie lange ihr euch gehalten habt ey ohne Scheiß ich find's scheiß dass wir jetzt aufgegeben haben das fand ich richtig nöbel ich find das nicht ich find das nicht gut ich hätte es noch packen können ja ne wirklich ja wir hätten die eigentlich alle umschlagen können mit dem Holzschutz sicher sicher mit euren Händen mit deiner Stahlarten Faust Dani ich hatte verzaubertes Eisenzeug mein ganzes Eisenzeug war verzaubert plus Schwert okay ich würde sagen an dieser Stelle moderieren wir einfach mal ab ja genau wir danken euch fürs Zuschauen schaut auf jeden Fall falls ihr noch nicht die anderen Videos der anderen Teams gesehen habt da mal vorbei da habt ihr das ganze nochmal in anderen Perspektive quasi die ganze Action nochmal neu genau und auf jeden Fall danke an euch alle nochmal für die Teilnahme danke an euch für die Einladung auf jeden Fall ja sehr gerne und dann sehen wir uns im nächsten Projekt wieder setzen hiermit an Schlusspunkt und auch für meine Zuschauer nochmal schaut auch bei allen anderen vorbei Daniel war bei uns der Hardcore-Team-Partner der hatte wahrscheinlich so die besten Ideen muss man mal ehrlich sagen ja das hat Spaß gemacht ich habe auch glaube ich viele Leute umgebracht ja so einige ja ich glaube ich habe keinen umgebracht einfach egal dann tschüss und bis zum nächsten Video bis dann haut rein und tschau macht's gut tschüss tschüss